Nachdenkseiten Die kritische Website Sehr gut. BSW beantragt Untersuchungsausschuss zu Corona. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Politik im Bundestag will das Bündnis Sarah Wagenknecht beantragen. Weil die AfD tendenziell Zustimmung signalisiert, ist die Aufregung groß. Dabei sollte eher die Verweigerungshaltung der Parlamentarier von Ampel und CDU gegen eine Aufarbeitung skandalisiert werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht-BSW will einen Antrag für einen Corona-Untersuchungsausschuss in den Bundestag einbringen, wie Medien berichten. Das BSW hat zehn Abgeordnete im Bundestag. Damit der Antrag eingebracht werden kann, sei die Zustimmung von mindestens 25 Prozent der Parlamentarier notwendig. Dafür, dass er beschlossen wird, würden die gleichen Bedingungen gelten. Das BSW hat den Antrag laut Medien darum am Donnerstag an alle Abgeordneten des Bundestages verschickt. Auf den ersten Blick sei dem Ansinnen des BSW wenig Erfolg einzuräumen, da das nötige Viertel des Bundestags bei 183 Abgeordneten liege. Selbst mit der Zustimmung aller 78 AfD-Abgeordneten, die sich in der Vergangenheit ebenfalls für einen Untersuchungsausschuss zu Corona ausgesprochen hatten, würde der BSW-Antrag daher nicht einmal die Hälfte der notwendigen Stimmen erreichen. Für die potenzielle Einsetzung eines Ausschusses seien also weitere 95 Stimmen von Abgeordneten aus anderen Fraktionen notwendig, etwa aus der Oppositionellen Union oder den Ampelfraktionen. Aber der Antrag könnte trotzdem von symbolischer Bedeutung sein, wenn nämlich bei diesem Antrag Abgeordnete von AfD und BSW im Parlament gemeinsam abstimmen könnten. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD, Martin Sichert, sagte laut Medien, selbstverständlich und jederzeit würde die AfD für einen solchen Untersuchungsausschuss stimmen. Uns geht es um die Sache, nicht darum, wer den Antrag einbringt. Die AfD hatte einen solchen Untersuchungsausschuss schon im Herbst 2022 gefordert. Im Frühjahr 2023 war der Antrag im Bundestag zurückgewiesen worden. Wir freuen uns über den Sinneswandel beim BSW, sagte Sichert. Die Abgeordneten, die heute beim BSW seien, hätten noch 2023 einen entsprechenden AfD-Antrag abgelehnt. Stefan Brandner, zweiter parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag, sagte, die Idee zum Corona-Untersuchungsausschuss sei von der AfD abgekupfert. Trotzdem sei auch Brandner offen dafür, den Antrag zu unterstützen, wenn es dabei inhaltlich ausschließlich um die Corona-Aufarbeitung gehe. Applaus von der falschen Seite? Sarah Wagenknecht sagte laut T-Online, einen solchen Antrag nicht einzubringen, weil ihn auch die AfD unterstützen könnte, wäre kindisch und der Bedeutung des Anliegens nicht gerecht. Jessica Tatti, parlamentarische Geschäftsführerin des BSW, sagte, wir unternehmen den ernsthaften Versuch, das Quorum von 25 Prozent zu erreichen, indem wir alle Abgeordneten einladen, den Antrag mitzuzeichnen. Günter Grass hatte zum Applaus von der falschen Seite einmal gesagt, wer sich vor der Furcht vor Beifall von der falschen Seite abhängig macht, beginnt in wichtigen Augenblicken zu schweigen. So ein wichtiger Augenblick ist jetzt. Ich habe kein Verständnis mehr für Abgeordnete, die sich einer selbstverständlich ergebnisoffenen Corona-Aufarbeitung durch das Parlament immer noch in den Weg stellen. Die Richtschnur sollte bei allen Anträgen prinzipiell der konkrete politische Inhalt sein. Darum finde ich, dass die BSW-Abgeordneten auch umgekehrt künftig AfD-Vorstößen zustimmen sollten, wenn diese inhaltlich absolut einwandfrei sind. Aufarbeitung der Corona-Politik ist unumgänglich. Um das Vertrauen vieler Bürger in die politischen und wissenschaftlichen Institutionen, in die Gerichte, in die Medien und in weite Teile der Zivilgesellschaft wieder ansatzweise herzustellen, ist eine politische und gegebenenfalls auch juristische Aufarbeitung der Corona-Politik unumgänglich. Die Versuche, die Aufarbeitung ganz auszusitzen oder sie in Bürgerräten zu kanalisieren und sie dadurch folgenlos versiegen zu lassen, diese Versuche müssen als verantwortungslos bezeichnet werden. Der langfristige Schaden für den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen in der Gesellschaft wäre bei einer erfolgreichen Verhinderung der Aufarbeitung massiv. Zu diesen Folgen zählt übrigens auch der immer wieder mit Krokodilstränen beweinte, aber total vorhersehbare Aufstieg der politischen Ränder. Statt der möglichen Zustimmung der AfD zum BSW-Antrag sollte vielmehr die Verweigerungshaltung der Parlamentarier von Ampel und CDU gegenüber einer echten Corona-Aufarbeitung skandalisiert werden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020